Einen schönen guten Abend, liebe Abonnentinnen und Abonnenten. Ja, es gibt wieder einige News zu Mario Kart 8, die ich mit euch loswerden möchte, die in den letzten Tagen wieder neu bekannt gegeben wurden, da man sehr viele neue Sachen enthüllt hat. Zum einen wurde bekannt gegeben, das wusste ich bisher noch nicht, dass es möglich ist, einen Grand Prix zu viert zu fahren. Das war ja in Double Dash teilweise auch möglich. Jedoch wird es jetzt ganz interessant zu sehen, wie das sein wird. Also, es ist jetzt zum ersten Mal seit, wie gesagt, Marek ein Double Dash wieder möglich, einen Grand Prix zu mindestens 2 zu fahren, diesmal sogar zu viert. Das ist auf jeden Fall neu, dass man in einem 4-Split-Screen in der Lage ist, gemeinsam zu fahren und das mit dem Grand Prix. Das ging wie gesagt in Double Dash, aber da hat man dann nur zu zweit, also mit einem Double Screen fahren können und eben dann 2 Fahrer auf jedem Kart gehabt. Dann war es möglich, aber ansonsten war es auch in den Mario Karts davor, immer nur möglichst zu zweit einen Grand Prix zu fahren. Mit der Einführung der Sterne Mario Kart DS hat man sich dann jedoch dagegen entschieden, weil das Ganze wahrscheinlich etwas kompliziert geworden wäre. Und genau das ist jetzt eben die Frage. Dafür weiß ich noch keine Antwort, wie das bei den Sternen aussehen wird, wenn man zu viert spielen kann. Weil, ich meine, man muss bedenken, wenn man zu viert auf so einem kleinen Screen spielt, dann, also, es läuft weiter mit 30 FPS, ja, aber dann ist die Leistung natürlich dementsprechend etwas schlechter. Und die Frage ist, wird das mit einberechnet, dass man da natürlich keine so gute Sicht hat, wobei gerade im Zweispieler der Splitscreen jetzt so ist, dass er, gerade weil es jetzt 16 zu 9 Fernseher gibt, dass er nicht mehr von links nach rechts, sondern von oben nach unten verläuft in der Mitte, was ein relativ gutes Bild für Zweispieler ergibt. Also, das ist auf jeden Fall interessant zu sehen, muss ich sagen. Da bin ich dann sehr interessiert darin, das zu sehen. Und, äh, dann stellt sich natürlich die Frage, wie das berechnet wird. Ja, wenn einer in jedem Rennen erster wird, aber der andere, sagen wir, in jedem Rennen letzter oder vorletzter, wie wird das dann bei der, bei der Sternenabrechnung am Ende? Ist da kriegt er jeder ein separates oder wird das alles zusammengezählt? Oder werden nur die Punkte vom Besten genommen? Da bin ich echt gespannt zu sehen, wie das dieses Mal werden wird. Oder ob es vielleicht sogar gar keine Sterne mehr gibt. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man sich endgültig davon verabschiedet. Ich glaube es zwar nicht, aber wäre eine Möglichkeit. Denn vor kurzem hat Nintendo in einem Interview auf die Sache ergeht, dass sich Mario Kart 8 um Glück drehen würde. Und dort gab es tatsächlich eine, äh, eine Äußerung zu. Und zwar kommt diese Äußerung vom Nintendo-Mitarbeiter Kono. Und der hat gemeint, dass er vernommen hat, und das, das finde ich löslich der Zitat, wir haben vernommen, dass Leute sagen, dass sich Mario Kart um Glück trägt, dass wenn du als Führer von einem blauen Panzer getroffen wirst, wirst es auf Glück zurückzuführen ist. Das ist schon mal absolut erstaunlich, dass die Wehklagen über diesen Stachy-Panzer so laut waren, dass sogar Nintendo es mitbekommen hat, dass sich die Leute darüber beschweren. Das ist echt mal ein guter Job. Ich meine, diese Beschwerden gehen jetzt schon wirklich lange. Und mit dem Einführen der Drei-Sterne-Range hat es natürlich nochmal an Gewicht genommen, weil man eben oft genau dadurch nicht die Sterne bekommen hat. Gold, gut, Goldpokale konnte man auch noch mit einem Treffer von Stachy gut bekommen in früheren Mario Karts. Aber ist jetzt eben nicht mehr so, weil das, weil gerade in Mario Kart DS und Mario Kart Wii es extrem auf Zeit ging, da war die Zeit sehr wichtig bei der Endabrechnung am Ende. Und wenn ein Stachy dann natürlich trifft und einen in die Luft wirbt und einen tausend Seiltor schlagen lässt, ja, dann ist das natürlich schlecht. Und bei Kali nicht abwehren. Da hat Nintendo aber scheinbar schon reagiert. Sie, wie gesagt, sie wehren sich jetzt auch dagegen und sagen, Mario Kart 8 soll nicht, soll ausgewogener sein. Es soll nicht mehr so viel auf Glück basieren. Sie haben dieses Problem mit dem Stachy schon immer wirklich erkannt. Deswegen gibt es jetzt zwei neue Futures. Erstes Future, der Stachy-Panzer wurde abgeschwächt. Dieses Szenario, was ich erzählt habe, dass er einen hochschleudert und man dann 10.000 Seiltors macht, bis er wieder unten ankommt und vielleicht sogar noch runterfliegt, wenn die Rennstrecke zu schmal ist, das besteht nicht mehr, diese Gefahr, denn der Treffer ist jetzt mehr wie ein Panzer, wenn ein roter Panzer treffen würde. In Mario Kart 7 war es ja deswegen auch noch nervig, weil er zwar auf dem Boden war, aber wenn er dann einem im Vorbeirauschen getroffen hat, hat man auch diese schönen Seilti nach links und rechts gemacht. Das ist jetzt wirklich besser. Wie gesagt, es sieht jetzt eher aus von der Stärke, wie wenn einen einen Panzer treffen würde. Und damit kann ich leben, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob man die Gäste vielleicht sogar deswegen abwehren kann. Fände ich auf jeden Fall sehr cool, wenn man das könnte. Vor allem wäre das dann nicht zu overpowered, denn man kann ja immer nur ein Item mit sich rumtragen, sollte man bedenken. Man kann ja kein zweites Item mit sich rumtragen. Und man hat die Möglichkeit, Items selbst einzustellen. Ich weiß allerdings nicht, und das wird jetzt die Frage zu sehen sein, ob das nur eine Rückkehr vom Versus-Modus bedeutet oder nicht, denn in Mario Kart, wie gab es ja den Versus-Modus, da konnte man dann auswählen, dass man entweder mit gar keinem Items hört, oder eben nur mit bestimmten, also nur mit Bananen oder mit Panzern, also mit grünen Panzern oder nur mit roten Panzern. Das konnte man dann alles auswählen. Aber der Versus-Modus wurde der Mario Kart 7 abgeschafft. Da ging es aber in der Community noch. Da kommt man auswählen, keine Items oder nur Bananen oder nur Panzer etc. Aber dass man ja jetzt bestimmte Items rausnehmen kann, das gab es bisher noch nicht. Und die Frage ist eben, wird das auch für den Grand Prix sein? Also muss man da dann praktisch mit allem rechnen? Oder kann man das dann so machen, dass man sagt, okay, ich nehme bestimmte Items für die Grand Prix raus? Das wäre natürlich auch eine sehr interessante Option. Also ich finde auf jeden Fall, man merkt, dass Nintendo sich wirklich Mühe gibt. Gut, es ist auch sehr wichtig für die Wii U, dass dieses Spiel ein Erfolg wird. Aber sie geben sich wirklich Mühe, dass das ein Erfolg wird. Und deswegen bin ich da sehr gespannt. Und ich würde eure Meinung zu diesem Ganzen interessieren, wie ihr denn diese einzelnen Punkte seht, die ich bewertet habe. Schreibt mir da eure Meinung in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Und ansonsten freue ich mich, mit euch weiter diskutieren zu können. Vielleicht, wenn dann die letzten Retro-Strecken bekannt sind oder sonstige Sachen. Bis dann.